Hallo und herzlich willkommen meine lieben Schützen zu einer neuen Liebeslegung für euch, ja, für die kommende Woche vom 31. Mai bis 6.6. Ich bin Svea von Angelsly Oracle. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Guckt auch euer Aszendentzeichen, wenn ihr das wisst. Das gibt euch nochmal einen besseren Überblick über die Energien für kommende Woche, ja. Gerade ab einem Alter von 30, 35 hat der Aszendent mehr zu sagen. Es ist einfach so, ja. Und genau, ich will gar nicht lange reden. Ich wünsche euch viel Spaß. Für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich über eure Abos, einfach damit der Kanal wachsen kann. Und es geht schon los. Genau, das ist quasi mein Gespräch von Herz zu Herz zu euch, ja. Ähm, genau. Ähm, noch was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank einfach, dass ihr da seid, ja. Und so wunderbar seid. Gut. Ähm, für die lieben Schützen, für die kommende Woche in der Liebe. Was kommt hier auf euch zu? Mit was habt ihr es zu tun? Von 31. Mai bis 6. Mai. Was ist hier? Was ist hier bei euch lieben Schützen los? Was ist hier los? In der Liebe, für die Schützen, für die kommende Woche. Okay. Für die lieben Schützen, für die kommende Woche. Okay. Okay. Dann gucken wir, ob wir noch eine kriegen. Oder ob es das war. Ich wische noch dreimal. Na, das Licht hier immer. Gespräche von Herz zu Herz und Liebe zuerst dich selbst. Ja. Also, ähm, alles beginnt mit der Selbstliebe, mein lieber Schütze. Aber. Aber. Nix aber. Also, so ist es. Aber. Ähm, du wirst hier nächste Woche dich versöhnen. Entweder mit dir selbst, weil wir ja die Selbstliebe hatten. Ja. Ja. Also, vielleicht versöhnst du dich einfach mit dir selbst. Ja. Dass du erkennst, so wie du bist, bist du genau richtig. Und du brauchst keine Angst haben, dich zu verstecken. Ähm, ja. Sondern, ja, die Selbstliebe ist hier Tatsache das, was ich wahrnehme. Ähm. Und dadurch kannst du dich eben selbst auch besser kennenlernen. Und dadurch kannst du natürlich in dem Moment, wo du dich selbst besser kennenlernst, wer du bist, was dich ausmacht. Ja. Und du dich auch mit dir selbst versöhnst, ja. Kannst du dich auch ganz anders deinem Gegenüber zeigen. Ja. Viel authentischer, viel echter. Und das wiederum unterstützt hier die geistige Welt einfach, ja. Ja. Dass du hier authentischer wirst. Ehrlicher zu dir selbst. Besser angebunden an dein Bauchgefühl, an deine Intuition. Ja. Ähm. Genau. Sehr gut. Wir gucken mal. Kann natürlich auch sein, dass du hier mit irgendwie im Streit hattest und dich versöhnst, ja. Aber ich nehme das Tatsache für dich als, äh, als Selbstliebe wahr, ja. Dass du dich versöhnst damit, dass das so ist, wie es ist. Oder, ähm, ja, mit deinem Körper vielleicht versöhnst, weiß ich nicht. Wenn du zu dünn bist, wenn du zu dick bist. Wenn du irgendwelche Pigmentstörungen hast, irgendwelche Falten, die dir immer ein Gräuel waren, dann versöhnst du dich, hast du nächste Woche die Möglichkeit, dich mit dir selbst zu versöhnen, ja. Und zu sagen, ja, diese eine Falte, aber egal. Ich bin trotzdem wunderbar, ja. Und das kannst du dann auch einfach deinem Gegenüber zeigen. Ja. Genau. Du erkennst hier, wer du bist. Wie toll du bist. Wie einzigartig du bist. Wie viel Feuer du hast, ja. Schütze ist auch ein Feuer, also gehört hier dem Feuerelement, ist das, also der Schütze ist hier dem Feuerelement zugeordnet, ja. Du hast viel Feuer, du bist, ähm, sehr temperamentvoll. Versöhne dich auch damit, ja. Das darf auch so sein. Ja. Du bist jemand, der vorantreibt. Okay. Okay. Was ist hier noch los? Die kommende Woche. Beide lieben schützen. Ja. Genau. Und wenn du das erkannt hast, ja, dass du ganz wundervoll so bist, wie du bist und keine Angst mehr davor hast, dann kannst du dich hier zur Herrscherin entwickeln. Also von Königin der Stäbe zur Herrscherin, die auch, die ja alle vier Königinnen vereint, ja. Also die, die Königin der Kelche, die quasi die Emotionen hat, die Königin der Schwerter, die sehr scharf und gerissen sein kann. Ja. Die Königin der Stäbe, die du sowieso schon bist, ja. Und die Königin der Münzen, die auch weiß, was sie wert ist und was sie verdient, ja. Und in dem Moment, wo du diese Angst ablegst, weil du dich mit dir selbst versöhnst, kommst du hier in die Vollendung. Ja. Okay. Sehr schön. Meine lieben Schützen, ich hatte schon Angst um euch, aber ihr entwickelt euch gerade wunderbar. Okay. Was kommt hier noch kommende Woche auf euch zu? Was ist hier noch los? Ja. Mit dem Pagen der Münzen, da kannst du dann auch etwas geben, ja. Also du kannst deinem Gegenüber auch ganz ehrlich und so wie du bist, kannst du ihm etwas geben, ja. Und dadurch könnt ihr euch kennenlernen. Dich gegenseitig kennenlernen. Hätte ich gern trotzdem noch eine Karte. Gucken wir mal. Ja. Du kannst hier Liebe geben, weil du endlich Liebe für dich, also weil du endlich erkannt hast, dass du viel Liebe in dir trägst, ja. Und weil du dich hier selbst, weil du hier, sag mal, weil dir bewusst geworden ist, dass du dich selbst auch liebst und dass das auch völlig okay ist, ja. Weil du dich mit dir selbst ausgesöhnt hast, kannst du dann auch Liebe geben deinem Gegenüber, ja. Ja. Der Mensch, der dir hier wichtig ist. Okay. Und für die religiösen Faktoren, ah, okay. Das habe ich vorhin schon gezeigt, auf dem Unterdeck. Und dann kannst du hier auch ernten, ja. Dann bist du hier auf dem richtigen Weg, dass du hier auch einfach eine stabile, gesunde, erntereiche Beziehung bekommst, ja. Weil du hier einfach mit der göttlichen Welt verbunden bist und mit dir selbst, ja. Das ist so der spirituelle Weg, den ihr begleitet, ja. Weil du hier auch, ich sag mal, dann kannst du hier den König der Kelche ernten, ja. Der kann dann kommen, wenn du mit dir im Reinen bist, du hier die Herrscherin geworden bist und Liebe geben kannst und auch Liebe empfangen kannst, ja. Dann kannst du den König der Kelche ernten. Gut, wow. Sehr schön. Wir gucken gleich mal noch bei Vimeo, was hier mit deinem Gegenüber los ist, ja. Also entweder, wenn du schon einen Partner hast, wie es ihm hier geht, beziehungsweise wenn du noch keinen hast, ja, was hier mit dem König der Kelche los ist, wie es ihm hier quasi emotional, gefühlsmäßig geht. Weil es sich im Moment so stimmig anfühlt, gucke ich auch hier mit dem großen Tarot quasi, was bei ihm los ist, wie bei dir hier jetzt gerade, ja. Mit den Lennements kläre ich, wenn ich Karten klären muss, ja, wenn das irgendwie nicht ganz klar ist von der Botschaft. Und mit dem Sexual Magic Tarot schauen wir uns auch nochmal, wie sich das quasi partnerschaftlich entwickelt, wie sich das in der Partnerschaft zeigt. Und dann ziehe ich für dein Gegenüber ganz zum Schluss noch eine Orakelkarte, einfach damit wir wissen, ja, wo es für ihn auch hingeht, ja, wie er mit der ganzen Situation partnerschaftlich auch umgeht. Gut, meine Lieben, die Erweiterung des Videos um deinen Herzensmangel findest du unterhalb des Videos in der Infobox. Und ich freue mich, wenn ihr dort reinklickt, einfach weil ich das ja für euch auch drehe, genau. Und falls nicht, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen auf YouTube und habt einen schönen Tag. Tschüss!